Hallo, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Lukas Nickmann und ich werde euch heute was vom Anlachtsbuch des Advent Verlages vorlesen. Das Leibes Leben ist im Blut und ich habe es euch für den Altar gegeben, dass ihr damit entsühnt werdet. Das Blut wirkt Entsühnung, weil das Leben in ihm ist. 3. Mose 17, Vers 11 Blut ruft bei den meisten zunächst unangenehme Gefühle hervor. Dennoch versetzt ein Blick auf einen Tropfen davon unter dem Mikroskop ins Staunen. Die Zusammensetzung macht aus ihm ein faszinierendes Lebenselixier. Blut ist das Leben, aber warum ist das Leben in ihm, wie es im Mose-Text heißt? Früher waren Zivilisationskrankheiten kaum existierend. Dafür waren Unfälle zu Hause oder bei der Arbeit die Haupttodesursachen. Neben Angriffen wilder Tiere, Kriegen, Gewalt und sogar Entbindungen, falls sie zu starken Blutungen verursachten. Dann endete das Unglück tödlich. Dagegen gab es kein Heilmittel. Die für uns selbstverständlich gewordene Bluttransfusion war genauso wenig bekannt, wie die Begriffe Blutspende, Blutbank oder Gerinnungshemmer. Und wenn eine Blutspende je gelingen sollte, wäre das Überleben des Spenders unvorstellbar. So dachte man, um ein Leben zu retten, müsste jemand sterben, oder etwa nicht? Umso mehr wurde die erste erfolgreiche Bluttransfusion im Jahre 1901 als ein Wunder gefeiert. Während westliche Ärzte bis ins 19. Jahrhundert Krankheiten mit der Verringerung der Blutmenge im Körper behandelten, galt das Blut im Orient als die Quelle des Lebens. Deshalb stand der Ausdruck, jemandem sein Blut geben, für die Bereitschaft zu sterben, um jemanden vor dem Tod zu bewahren. Die dafür verwendete Redewendung ist genau dieselbe, die in der Bibel mit Erlösung wiedergeben wird. Dies ist gut nachvollziehbar, denn mit der Erlösung durch Jesus geschieht die Verwirklichung eines Traumes. Hier opfert jemand ein reines Blut und rettet damit unser Leben. Golgatha erspart uns den ewigen Tod. Weil diese altertümliche Bedeutung in Vergessenheit geraten ist, wirken das Kreuz und Jesu Tod als die Lösung für unser geistliches Ausbluten. Etwas befremdlich. Doch für Jesus war es unvermeidlich, weil er uns lieb. Dies ist der Grund zur tiefen Dankbarkeit. Deshalb wünsche ich uns, dass wir uns daran erinnern, dass Jesus für uns gestorben ist am Golgatha. Und dass uns das Leben weitergeht. Dass wir das Leben weiterleben. Und wir immer wissen, Jesus liebt uns. Und dass wir so damit gut im Alltag starten können. Gottes Segen euch.